und herzlich willkommen zurück bei unserem haustier burg 2 haustier motel wir schon einiges geschafft und ich glaube wir sind auch ausgebucht aktuell bei den koko und kommt noch heute so sieht und dann sind wir ausgebucht dann können wir das telefon erstmal ausschalten wobei josie und also eine katze und ein hund verlassen uns morgen wieder es lay die katze muss auch noch prallen geschnitten werden so wie es aussieht das da sollten wir auf jeden fall noch gucken dass wir das hinkriegen müsste eigentlich koko kommen da wird koko abgeholt das ist sie ja na du zugegangen auch mal hinten gucken vor allem mal die krallen schneiden mit lehrtaste ich drücke jetzt auch maus ein bisschen her starte gerade neue aufnahmesession für die neue woche und daher ist das auch schon wieder gegeben dass wir hier das sagte die sieben folgen haben ist wieder hier rein müssen einmal gut dadurch gucken beilassen kann man nichts zu machen futter ist alles da ich bieters gut gehen ist immer gut hat zum klo sauber ja nichts aber zu runden da ist wahrscheinlich schon wieder zu spät oder hier vorne war keine so raus hier ist nichts trotzdem raus das war so auch hier das ist auch schon abend sehe ich gerade das heißt wir werden einmal den tag beenden und dann wieder abgeholt ich glaube wir hatten eigentlich auch noch mal eine bewerbung draußen das wäre schön wenn wir das mal hinkriegen würden das würde ich mal gucken hier wird heute abgeholt das heißt einmal an die leine nehmen schon mal hier es regnet zwar aber nützt ja nichts leine los machen hier auch an die leine nehmen bewerberin bewerberin level 2 die stemme ein level 2 ist genau das was wir jetzt brauchen und ja anstellen zu teuer und dass es gemacht haben mal im tier gucken genau so kümmern die sich vielleicht sogar schon drum das kann natürlich sein so es lehren schönen guten tag die peste die hole ich mal ab übergeben das tat gut das geld tat gut es ist da dann haben wir jetzt jose ich hole sie mal eben noch draußen wo sie echen kommt ist da so zack so sein die kuckoo und wir müssen erst mal hier aufräumen würde ich sonst denken noch irgendwo was wir gehen rein an die leine kommen eine loszumachen gleich mal abrunde ich hoffe dass der sehen mutter ist noch alles gut in die fünf geht die rein koko guten tag koko das ist ein neues zu hause das mag die koko den gar nicht mag alles nach rind hähnchen liebt es nass zu werden ok als er gleich mal rausgehen so nee ich weiß gar nicht ab wann die anfängt und ich schläft erst mal hier jetzt hier also hier das können wir auch weg machen sauber machen sehr gut äh lachs ist ja weg sauber machen sehr schön sehr schön da gucken wir irgendwas gehts gut ne ja das könnte nochmal sauber machen ja entschuldigung jetzt morgen an oder ich weiß es nicht Das ist feiner. Es kann sein, dass die morgen erst anfängt. Ich spreche noch mal ein bisschen. Der mag draußen an die Leine nehmen. Der mochte es ja hier draußen im Regen. Das ist der andere Haufen, den ich besucht habe. Der wird morgen abgeholt, oder? Na, du feiner. Eine Kürze trinken. Das können wir hier die Leine führen, damit der morgen sauber ist. Ja, 5000. Nicht die Welt, ne? Okay. Vielleicht wieder schön sauber, ne? Genau. Oh. Oh. Das ist ja eigentlich so. Was ist mit dir jetzt? Ja. Dann komm. Und leider los machen. Sehr schön. Dann trink mal ein bisschen. Ist was. Und dann... Ich guck mal, irgendwann die Mitarbeiterin anfängt. Bist du doch auch? Ich denke aber morgen, oder? Mhm. Wird stetigen. Das heißt, wir haben Platz für, machen wir das Telefon an. ein hund eine katze eigentlich sogar zwei hunde eine katze war echt mit morgen ja auch abgeholt ich habe ja das headset die frage ist mehr katzen mehr hunde und wir gehen ja dann hier lang sagen wir machen erst die hunde fertig aber ich weiß nicht 5000 das jetzt hier weg machen genau haben wir hier die gänge hier kann noch ein hund hin so ihr kann noch einen hund hin aber eben hier das so das wissen okay das nehme ich noch mal hier weg und hier aber schon einmal komplett außen rum dann haben wir das war das finanzielle bestimmte hier würde ich sogar noch mal so eine tür einsetzen hier können wir noch mal eine tür einsetzen 3 4 1 2 3 jetzt sollte ich hier rein damit wir von überall hinkommen waren sind die türen und da sind wir ein hund keine ente ok ob er doch hier können wir das ruhig machen weil dann können wir immer nicht noch einmal komplett zu außen ist gerade keiner und hier einmal komplett zu boden komplett gesetzt hier ist einmal rein so hier noch mal ein hund wo war das war dann hier nachher also hier noch mal ein hund und und hier die bodentiefen fenster hier zurück die bodentiefen fenster waren die hier dann dann wenn da hier noch mal die decken kauf und brauchen wir die türen die brauchen wir hier ein tablet hier noch in und das sind hier drüben gemacht das boden es ist die katze sehr schön legen wir die mal beide ein schnell hier anmelden so erstmal ginger der hund sechs tage mit einschneiden die sechs dann haben wir ganze fünf tage die 1 und körper auf jeden fall noch nehmen mal gucken die bänder näher die bänder so hier hier haben wir einmal aber das schon mal durch der erinnerung ist ja auch so wollte ich hier nicht so warum ist das noch nicht die wände sind noch drum der boden werden der boden fährt ja genau im boden hat ihm noch gefällt so da kann man gucken hier hatten wir wende hier das decke ich glaube dass boden hat nur das ist sicher dann brauchen wir jetzt noch ein paar möbel tier also immer einmal für hunde und worte ganz kurz gucken ja nun können wir noch place ok sogar zwei weil wir bauen ja gerade noch eins da muss man noch dieses tauzi ding das hier noch noch irgendwas für die hunde nicht die watch ja nun mal ja nummer sieben sie 5000 aussehen müssen aufhören der hof ist jetzt größer mal gucken tier anmelden 6 tage in die sieben so wie gesagt dienst ist ja auch noch geht ja nach ich hoffe dass morgen assistenten kommt das heißt wir haben jetzt vier hunde hier oder vier räume für hunde ich kriege dann auch irgendwann mal den außenbereich vielleicht rot wo gemacht also hier dass den den rundgang die achten und hinten kommt das ja rein wir gehen nach hause jetzt sind hier koko nicht so gut und hier streicheln die jahre ja sie haben kauft ja ja so ja dann war das schon wieder die woche der woche die tage der tage tag für heute und auch die folge wir sehen uns wieder wenn ihr mögt zum nächsten mir aber leid was auch draußen wahrscheinlich zweimal besser wo ich war auf ein hund können guten tag ein hund ja die körper ist morgen anlegen wir gehen jetzt nach hause und wir sehen uns wieder tschüss